Hallo und willkommen bei einer weiteren Runde Voltertanks. Schließgast Nachrichten. Wir spielen, oder wir fahren mit den Chariot hier auf der Karte Ghost Town. Haben ein Achtergefecht, müssen da hinten die Karte, ähm, die Flagge angreifen. Und ich orientiere mich schon mal so ein wenig dahin, in diese Richtung. Ähm, ja, Chariot hier auch so ein Panzer. Ja. Ja, ist ein Panzer. Was soll ich sagen? Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Bei den Challenger hatte ich ja auch schon so leichte Probleme. Ihmchen ja, ist zwar die Waffe ganz nett. Wir haben ja, ähm, 33 Schaden, 270 aufgrund des Durchschlag. Aber, ähm, ich muss so nicht sagen, ich habe so meine leichten Probleme mit dem Panzer. Oh, auf der Z. Oh, gedekt. Ja, genau. Hier kommt alles schön brav durch wieder, weil ich schön mein Pupierchen rausgestreckt habe. Dafür kommen wir auch elegant bei mir ist drei durch. Weil er so freundlich ist, ähm... Nein, kommt zurück! Hier ist drei, bitte, 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 bitte. Weil der Ego ist. What? Einen? Ach, der hat auch unten auf den Heavy geschossen und was. Hm, er sucht die Tendenwo. Okay, jetzt geht's mal. der ging voll durch ihre panzerung Arti Ok Ach, wir sind schon wieder bei 2000 Schaden Oh, ich finde das ja gerade richtig geil, was die Gegner hier machen Ey, das ist Das ist wirklich sehr sozial, muss man mal sagen Muss man wirklich mal den Gegner lassen Jetzt muss ich aufpassen Gut, die habe ich jetzt gekettet Der WZ hat gewartet Bringt es noch was? Also wir haben jetzt noch einen, der WZ da hinten ist Zwei Artis, wenn man unsere, unsere, ähm, hier Borsig Und T-34 mal vorfahren würde und die Artis zumindest rauslegen Ja, war klar Die müssen hier irgendwo stehen in diesem Bereich Und hätte Mr. T-34 mal längst vorfahren können Warum man das nicht macht, sondern hier wieder rumgeiert Naja Gut, ich habe auch gegeiert Aber ich habe jetzt noch zwei Panzer rausgenommen Und, ähm, wir haben nur fünf Minuten, Leute Und wenn ihr mir das versaut Ja, schreien Bei mir T-34 Hier hinten stehen die T-T's Einfach vielleicht mal den Tipp geben Dass die, ähm, dass die, ähm, eine Orientierung haben Wo die T-T's stehen könnten Die kamen jetzt nur von der anderen Seite Die haben nicht gesehen, wo die, unsere Panzer gestorben sind Deswegen werden die es nicht wissen Und weil die nicht aufgedeckt sind Und, äh, pass auf den Italiener auf Und da jetzt fährst du Ich blöde Und da ist schon mal Nummer 1 Ja, ne, ne, fahr doch weiter Da stehen zu bleiben, das ist, das ist keine gute Idee Die haben uns eine Kette abgeschossen Wenn sie den wenigstens mal gemeinschaftlich vorfahren würden Ja So, WZ ist raus Oh, Leute Weil wir sind jetzt alles nur One-Shots Was, was wir im Team haben Na, sag ich doch Da standen die beiden Artis Oh, jetzt versaut's bitte nicht Ah, ich seh schon, komm, das verlieben wir noch Ja, Leute, wir haben noch zwei Minuten Bewegt euch Mann Ja, jetzt geht er auf Jetzt stirbt er So, Objekt Oh, Iso dreht sich jetzt Und von unten raus T34, wo guckst du hin? Oh, T34, beweg dich doch Oh, T34, beweg dich doch Ey, leck mich fett Leck mich fett war das Jetzt wieder ohne die Spann Das ist jetzt nicht wahr Hat noch unser Arti-Vox die T34 rausgenommen Glückwunsch, sie haben eine Marke erhalten Glückwunsch, sie haben ihre EP-Fahrt da erwacht So Gut, von der EP her waren wir wirklich ein bisschen Oh, vom Spielstil waren wir wirklich ein bisschen egoistisch Aber ja, Ingenieur Achtung und Schaden, vier Kills rausgenommen Jetzt muss ich hier gerade mal was gucken Schaden an Verbindeten, der hat doch gerade noch einen Einen abgekriegt, oder? So, wir haben gemacht 2,6 an Schaden 2,7 aufgerundet 850 EP Teuer Ähm Gehen raus mit 9,7 an Credits Und 8,8 Knapp 9,000 EP Gut, wir hatten massiv Glück, dass Sowohl IS-3A Als auch Tiger Als auch die anderen Sehr sozial waren und vorgefahren sind Um sich denn rausnehmen zu lassen Fand ich wirklich sehr, sehr nett Ja Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen Und sage Tschüss Bis zum nächsten Mal